Das Grundgerüst des Körpers ist das Skelett. Es ist aus Knochen aufgebaut und wird in Schädel, Rumpf und Gliedmaßen unterteilt. Zusammen mit den Muskeln und der Haut verleiht es dem Körper Stabilität und Beweglichkeit und bestimmt seine äußere Form. Außerdem schützen besonders geformte Knochen die wichtigen inneren Organe. So umhüllt der Schädel zum Beispiel das Gehirn, während Herz und Lungen von den Rippen und dem Brustbein geschützt werden. Knochen bieten aber nicht nur Schutz und Stabilität, sondern sind auch eine überaus wichtige Produktionsstätte. In ihrem Inneren, im Knochenmark, werden die lebenswichtigen Blutkörperchen produziert.